Blaulicht und Martinshorn am Sitz der kommunalen Wohnungsgesellschaft KWG in Senftenberg. Am 9. Mai gegen 14 Uhr hatte die Brandmeldeanlage im Gebäude angeschlagen. Daraufhin rückten die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte an. Ja, die KWG hat heute eine Übung durchgeführt in ihrem Verwaltungsgebäude. Es ging darum, mal zu die Evakuierung eines Gebäudes zu trainieren, im Einsatzfall, also im Brandfall. Wir haben einen Brand in einer Lehrküche simuliert. Dadurch kam es eben zur Auslösung der Brandmeldeanlage. Das Gebäude wurde erokiert und die Feuerwehr hat dann die Brandbekämpfung und die Personensuche durchgeführt. Einen ausführlichen Bericht über die Einsatzübungen sehen Sie ab 16. Mai im Programm von Seenluft24. Ich modsich!